Hallo und herzlich willkommen auf meinem Channel Boxes, mein Name ist Rafa und ich freue mich, dass ihr zu einem weiteren Video eingeschaltet habt. Entschuldigt zuallererst erstmal meine Stimme, ich bin ein wenig erkältet, was mich aber nicht davon abhalten soll, dieses Video abzudrehen, denn wir befinden uns in einer ganz neuen Kulisse. Ich habe das Zimmer, das Studio ein wenig umstrukturiert, damit ihr vielleicht noch mehr Freude an meinen Videos habt. Ich habe visuell, optisch etwas abgeändert, wer meine allerersten Videos kennt von Januar 2023, der erkennt wie gesagt den Balken, das Regal oben wieder mit den Spielen, mit den Kanto und Joto Bildern. Und ich habe dahinter noch, beziehungsweise da drunter ein paar meiner Lieblingsprodukte ausgestellt, ein paar Spielfiguren, ein paar Plüschis, damit ihr wie gesagt optisch nochmal ein anderes Bild auf diesem Channel habt. Darüber hinaus habe ich in die Tonqualität investiert, vor mir befindet sich nun ein Shure-Mikrofon, in der Hoffnung, dass ihr jetzt auch eine bessere Tonqualität erhaltet und dann auch wie gesagt noch mehr Freude habt, euch diese Videos hier auf meinem Channel gemeinsam anzugucken. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie ihr wie gesagt den Hintergrund findet, ich werde ein, zwei Dinge noch daran ändern und wie ihr den Ton findet, auch da bin ich für Feedback extrem dankbar. Ich habe darüber hinaus auch noch weitere News und wichtige News hier auf dem Channel zu verkünden, denn ich habe mich dazu entschlossen, Pokémon 151 Displays in mein Business für ein Langzeitinvestment einzukaufen. Und wer diesen Channel kennt, weiß, dass ich ein wenig kritisch war und auch immer noch bin zu den Pokémon 151 Produkten. Und ich möchte euch hier heute einfach mal erklären, warum ich mich dazu entschieden habe, wie viel ich eingekauft habe, wie viel ich bezahlt habe und euch einen näheren Blick geben, damit ihr für euch eure bestmöglichen Entscheidungen treffen könnt, wenn es um ein Investment in euer eigenes Portfolio geht. Von daher lasst uns doch direkt in das Video starten und mal gemeinsam einen Blick auf Card Market werfen. Hier mal ein Blick auf Card Market und die aktuellen Preise. Das Display kostet aktuell aus dem europäischen Ausland 160 Euro von Kaonashi Cards für ca. 162,99 Euro. Also definitiv günstiger als vor einigen Monaten, denn da hat das Display 175 Euro gekostet. Was soll ich sagen, auch ich hätte mir andere Preise bei diesem Display gewünscht. 80 bis 120 Euro war ja so meine Wunschvorstellung. Die haben wir nicht erreicht und so ehrlich müssen wir zu uns sein. Diese Preise werden wir auch nicht erreichen, Stand jetzt. Denn es sind ja schon weitere Wellen auf den Markt gekommen, aber irgendwie passiert nicht so richtig was mit dem Preis. Der Markt hat uns eines Besseren belehrt, denn die Nachfrage ist sehr hoch. Das Angebot irgendwo nur begrenzt, denn wir haben auch viele andere Big Player, die dieses Display haben wollen. Nicht nur die Europäer, sondern zum Beispiel auch die Chinesen, was dazu führt, dass wir einfach extrem hohe Preise haben. Von der Entwicklung her, von der Nachfrage her erinnert mich das Set ganz stark an das von EV Heroes. Für mich das beste Set, besser als Evolving Skies aus der jungen, modernen Zeit. EV Heroes beinhaltet extrem viele gute Karten und wir haben hier Displays ab 399, ab 400 Euro aus Deutschland, aus dem europäischen Ausland, hier auf Card Market zur Verfügung. EV Heroes gab es auch nur ganz selten unter 100 Euro. Die Preise lagen eigentlich in der Regel so zwischen 100 und 150 Euro und daran hat sich nie was geändert. Auch nicht, obwohl extrem viele Wellen von diesem Produkt auf den Markt kamen. Und ähnliches passiert auch gerade bei Pokémon 151 und ich habe mich dann quasi zu einem Kauf entschlossen, weil ich für mich einfach diesen Zug nicht verpassen möchte, wie bei EV Heroes. Ich konnte mir damals zwei EV Heroes Displays sichern. Rückblickend betrachtet aber definitiv zu wenig, weshalb ich jetzt auch nochmal nachgeschlagen habe, aber dazu gibt es nochmal ein separates Video. Und weil die Nachfrage einfach bei 151 so hoch ist, könnte ich mir vorstellen, dass wir hier bei diesem Display ähnliche Verläufe sehen werden, trotz weiterer Reprints, trotz weiteren Produkten, die auf den Markt kommen, wie hier bei EV Heroes. Ob wir jetzt Preise in einem Jahr von 400 Euro sehen werden, das wage ich mal zu bezweifeln, aber ich glaube schon, dass wir hier eine sehr, sehr gute Wertsteigerung in den kommenden Monaten und Jahren haben werden. Wie gesagt, weil es so ein beliebtes Set ist, weil es einfach so viele Top-Pokémon beinhaltet und weil ganz, ganz viel Nostalgie und somit auch eine hohe Nachfrage in diesem Set mit dabei ist. Aber lasst uns doch mal schauen, wie viele Displays ich mir gekauft habe und welchen Preis ich dafür bezahlt habe. Ich konnte mir nun zehn Pokémon 151 Displays im Rahmen eines größeren Deals für 150 Euro pro Display sichern und bin jetzt, wie gesagt, für mich mega happy, dass ich zehn Displays bei mir im Business für ein Long-Term-Investment beiseite gelegt habe. Somit bleibe ich unter der magischen Grenze von 150 Euro, die ich selbst für mich gesetzt habe und freue mich jetzt, wie gesagt, zehn dieser so coolen Displays bei mir in der eigenen Sammlung zu besitzen. Zum Investieren gehört es auch dazu, sich regelmäßig selbst zu reflektieren. Ich habe für mich die Entscheidung getroffen, jetzt halt, wie gesagt, zehn Displays zu kaufen, weil ich einfach gemerkt habe, dass diese Vorstellungen, die ich hatte von 80 bis 120 Euro, einfach nicht realistisch sind auf Basis der hohen Nachfragen und wir diesen Preis nicht erreichen werden. Deswegen habe ich zugeschlagen und das gehört für mich auch zum Investieren dazu, zur Rolle eines Investors, sich regelmäßig selbst zu reflektieren, sich immer zu überlegen, ist das realistisch, was ich mir vorstelle und wenn nein, dann für sich eine bewusste Entscheidung zu treffen, ob man kauft oder ob man nicht kauft. Ich wollte den Zug nicht verpassen, analog wie bei Eevee Heroes, deswegen habe ich mich für einen Kauf entschieden. Pokémon 151 hat viele extrem gute Karten mit dabei, klar sind diese nicht so teuer wie zum Beispiel bei Eevee Heroes, die Karten können sich da aber noch hin entwickeln, insbesondere Erika hat meiner Meinung nach oder beide Erika Karten haben meiner Meinung nach sehr, sehr viel Potenzial, sich im Preis nach oben zu entwickeln und darüber hinaus haben wir viele ikonische Pokémon aus der ersten Generation hier mit dabei. Was man auch nicht unterschätzen darf, ist, dass wir im Gegenteil zu den europäischen Produkten hier auch Masterboy Karten mit dabei haben. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, die deutschen und englischen Produkte haben keine Masterboy Karten. Das ist ein ganz, ganz großes Plus für das japanische Produkt, denn wir sind hier bei extrem hohen Preisen, wenn es um die japanischen Masterboy Karten geht. Ich scrolle hier mal einmal runter, bis wir diese Karten erreichen. Alleine die Pikachu Karte auf japanisch in der Masterball Edition geht für über 300 Euro über die Ladentheke. Das darf man nicht vergessen, das ist ein ganz, ganz großes Plus für die japanischen Produkte, weil wir hier einfach extrem exklusive Karten mit dabei haben, die viele Menschen auf der Welt haben wollen und die das Set auch nochmal im Preis zukünftig treiben werden. Schaut auch mal hier auf das Gengar. Auch das Gengar ist in der Masterball Edition extrem teuer. Ich scrolle einmal runter, damit wir die Preise haben. Dieses Gengar gibt es nicht für unter 144 Euro zu haben und so geht es weiter. Schaut auch mal hier auf Flamara. Auch Flamara ist in der Masterball Edition über 50 Euro wert und all das sind Karten und Faktoren, die eine Rolle spielen werden in einer zukünftigen Wertentwicklung. Das war es auch schon mit dem heutigen Video. Wie gesagt, entschuldigt nochmal meine Stimme, dass ich erkältet bin. Trotzdem war es mir wichtig, das Video abzudrehen. Ich sehe extrem viel Potenzial in dem Set von Pokémon 151. Ich glaube, es wird einen ähnlichen Weg gehen wie das Display von Eevee Heroes, auch wenn es eine Zeit lang brauchen wird. Trotzdem glaube ich an den Erfolg dieses Displays. Ich glaube nicht, dass wir Preise unter 100 Euro sehen werden. Ich glaube, dass es auch schwierig wird, Preise unter 150 Euro zu sehen und deswegen habe ich bei diesem Set zugeschlagen, weil es einfach ein Set ist mit einer extrem hohen Nachfrage und Sets, die eine große Nachfrage genießen, haben ganz, ganz viel Potenzial zukünftig im Preis zu steigen. Wir haben darüber hinaus die Masterball-Karten mit dabei. Auch das ist wichtig. Vergesst das nicht. Das wird ein Treiber sein für das Display in Zukunft, weil wir einfach neben den sonst so schönen Karten noch weitere teure Karten in dem Set mit dabei haben. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Video fandet, wie ihr diesen Move jetzt findet. Wie gesagt, dass ich mich auch korrigiert habe. Für mich gehört es zur Rolle eines Investors dazu. Ich bin nun nach zwei Monaten Beobachtung bereit, diesen Preis zu bezahlen und sichere mir, wie gesagt, diese Displays für ein Langzeit-Investment. Ich kann aber auch jeden verstehen, der diese Preise nicht bezahlen möchte und dann eher dieses Set skippt. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, schreibt auch gerne mal in die Kommentare, wie ihr die neue Kulisse findet. Über Feedback würde ich mich freuen, sowohl positiv, aber auch über anregendes Feedback, das mich weiterbringt und wie gesagt auch zielführend für den Channel ist. Von daher danke euch, bleibt gesund. Ich sage wie immer, bis bald und wenn ihr den Channel noch nicht abonniert habt, dann macht es doch jetzt, denn es hilft. Ciao, ciao.